Also ich weiß jetzt keine Namen, die auf irgendwelchen Listen stehen, aber klar, es ist wichtig, dass es ein deutsch sprechender Nationaltrainer ist. Das ist, glaube ich, die Basis von allem und natürlich auch ein Topmann. Ich meine, das ist der wichtigste Trainerjob in unserem Land und das muss dann auch ein richtig guter Trainer innehaben. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch zum Namen jetzt nicht irgendwelche Spekulationen abgeben, das macht keinen Sinn. Mein Wunsch wäre es natürlich, das ist der Idealfall, wenn wir bis zur nächsten Länderspielperiode den neuen Bundestrainer dann vorstellen könnten. Das wäre nicht der Idealfall. Das versuchen wir hinzubekommen, alle drei.